Der ESV-Kader für die Ski-WM in Aare Österreichs Kader für die Ski-WM steht fest. Der ESV nominiert 26 Athletinnen und Athleten, darunter die Titelverteidiger Nicole Schmidhofer, Super G und Marcel Hirscher, Riesen Slalom, Slalom. Folgende ESV-Ese sollen in Aare für Edelmetall sorgen, Ricarda Haaser, 25 Jahre, Disziplinen, Riesen Slalom, Kombination Katharina Truppe, 23 Jahre, Disziplin, Slalom, Franziska Gritsch, 21 Jahre, Disziplinen, Kombination, Teambewerb. Katharina Huber, 23 Jahre, Disziplinen, Slalom, Teambewerb. Chiara Meier, 22 Jahre, Disziplinen, Slalom. Katharina Linsberger, 21 Jahre, Disziplinen, Slalom, Riesen Slalom. Christina Agat, 23 Jahre, Disziplinen, Super G, Kombination Tamara Tipler, 27 Jahre, Disziplin, Super G, Stephanie Venier, 25 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G, Kombination Ramona Siebenhofer, 27 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G, Kombination Bernadette Schild, 29 Jahre, Disziplinen, Slalom, Riesen Slalom. Nicole Schildhofer, 29 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G, Romit Baumann, 32 Jahre, Disziplinen, Kombination. Stefan Brennsteiner, 27 Jahre, Disziplinen, Riesen Slalom. Roland Leitlinger, 27 Jahre, Disziplinen, Riesen Slalom, Teambewerb. Marcel Hirscher, 29 Jahre, Disziplinen, Slalom, Riesen Slalom. Christian Hirschbühl, 28 Jahre, Disziplin, Slalom. Michael Matt, 25 Jahre, Disziplin, Slalom. Otmar Striedinger, 27 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Matthias Mayer, 28 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Kombination Christian Walder, 27 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Vincent Kriechmeier, 27 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Kombination Marco Schwarz, 23 Jahre, Disziplinen, Slalom, Riesen Salom. Kombination Manuel Feller, 26 Jahre, Disziplinen, Slalom, Riesen Slalom. Hannes Reichelt, 38 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Daniel Dankelmeier, 25 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G. Daniel Dankelmeier, 26 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 Jahre, Disziplinen, Abfahrt, Super G.